Moin Leute und herzlich willkommen bei Nielson1489. In diesem Video möchte ich euch einen Musikdienst vorstellen, der gerade für Streamer sehr interessant ist, da er erstens kostenlose Musik anbietet und zweitens diese Musik auch keine Copyright-Rechte hat. Sprich, ihr könnt das Ganze in eurem Stream verwenden, ohne zu befürchten, dass ihr Ärger bekommt. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Der Musikdienst, den ich euch vorstellen möchte, nennt sich Brezel. Die Seite zu Brezel habe ich in der Videobeschreibung eingefügt. Damit wir loslegen können, einfach auf die Seite gehen und dort Download for Windows. Ja, das Ganze geht nur für Windows. Ihr könnt euch aber auch im Browser anmelden. Ich möchte das Ganze aber für Windows zeigen, denn da gibt es doch einige nette Sachen, die ihr als Streamer nutzen könnt. Nachdem ihr Brezel heruntergeladen, installiert und das erste Mal gestartet habt, werdet ihr folgende Login-Maske sehen. Und hier könnt ihr euch einfach mit eurem Twitch-Account, eurem Google-Account oder eurem Mixer-Account anmelden. Ich mache das Ganze mal beispielhaft mit meinem Twitch-Account. Nachdem ihr euch eingeloggt habt, startet Brezel auch direkt und spielt Musik ab. Auf der linken Seite habt ihr mehrere Reiter. Der Hauptreiter hier ganz oben zeigt euch dieses Bild, in dem ihr seht, was gerade abgespielt wird. Ihr könnt das Ganze pausieren, ihr könnt einen Titel weitergehen oder aber ihr könnt hier auf diesen kleinen Icon klicken und könnt das Ganze zu einer eigenen Playlist hinzufügen. Wenn ihr auf der linken Seite den Reiter da runter wählt, dann könnt ihr verschiedene Stations anwählen. Standardmäßig wird die Brezel-Station genommen. Dort sind wirklich alle Tracks drin. Dann gibt es unter anderem zum Beispiel Happy, Rock, Chip-Tune, Epic, Ambient, Hip-Hop, Pop. Wenn ihr da draufklickt, dann wechselt das Programm in den jeweiligen Modus oder die jeweilige Station und spielt nur noch Musik aus dieser Musikrichtung ab. Der dritte Reiter auf der linken Seite sind dann Playlists. Hier habt ihr die Möglichkeit, eigene Playlists zu erstellen, um dann nur noch Musik aus dieser Playlist abzuspielen und die Playlist ein bisschen zu individualisieren. Nun kommen wir jedoch zum interessanten Teil. Wenn ihr unten links auf das Zahnrad klickt, dann kommt ihr in die Einstellungen und hier gibt es erstmal nur drei Standard-Einstellungen. Das Audio-Output-Device könnt ihr auf Default lassen, es sei denn, ihr wollt die Musik auf einem Extra-Device, zum Beispiel Virtual Audio-Cable oder einer richtigen Soundkarte laufen lassen, damit ihr die Musik von dem anderen Sound trennen könnt. Darunter könnt ihr dann anhaken, dass automatisch, wenn ihr Brezel startet, die Musik anfängt zu spielen. Wenn ihr unten auf den Button All Settings klickt, dann kommt ihr in eine weitere Einstellmaske und hier gibt es etwas ganz, ganz Interessantes für Streamer, nämlich den Reiter File Output. Bei File Output könnt ihr hier das Ganze aktivieren und könnt in das Feld klicken, um dann eine Datei anzugeben, in der der aktuelle Titel mit dem Interpreten gespeichert werden soll. Ich mache das Ganze mal beispielhaft auf den Desktop und nenne es Current Underscore Song. Speichern, dann wird das Ganze hier reingesetzt und nun wird jedes Mal, wenn ihr Musik abspielt beziehungsweise wenn ihr Brezel nutzt, der aktuelle Titel mit dem Interpreten in diese Datei gespeichert und die könnt ihr dann in OBS Studio beziehungsweise Streamlabs OBS verwenden, um den Song anzuzeigen. Wir schauen uns das Ganze einmal beispielhaft in Streamlabs OBS an, in OBS Studio wird das aber genauso gemacht. Um nun den Current Song, also den aktuellen Song anzuzeigen, einfach unten bei Quellen auf das Plus klicken. Ihr wählt dann Text GDI Plus aus. Quelle hinzufügen. Wir nennen das Ganze einfach mal Song und klicken dann auf Neue Quelle hinzufügen. Im nächsten Fenster könnt ihr dann einfach hier das Häkchen bei Read From File setzen und könnt dann auf Durchsuchen klicken, um die Datei auszuwählen, in die dann der Song gespeichert wird. Das ist in meinem Fall Current Song. Auf Öffnen klicken und schon ist das Ganze dort drin. Ihr könnt auf Fertig klicken und ihr seht jetzt, dass hier eine Quelle hinzugefügt worden ist. Dort steht der Song, der gerade von Brezel abgespielt wird. Den könnt ihr hier einfach einfügen. Wir können das Ganze noch ein bisschen kleiner machen. Wir lassen das mal so. So und wenn ihr jetzt noch einen Lauftext haben wollt, damit das Ganze auch passt und niemals aus dem Rahmen geht, dann klickt ihr einfach auf die eben angelegte Quelle. Rechtsklick, Filter. Bei Filter auf das Plus. Dort wählen wir dann als Filtertyp Bewegung aus. Klicken auf Fertig. Und nun könnt ihr einen horizontalen Speed angeben. Zum Beispiel, na ich mache jetzt mal, ich gebe hier mal 30 ein. Das ist, denke ich, ganz gut. Und das Interessante ist nun Limit Width. Die Breite limitieren. Die ist standardmäßig auf 100. Und die könnt ihr nun hochsetzen. Da müsst ihr mal schauen, was passt. Das Ganze aktualisiert sich auch automatisch. 300 ist noch zu wenig. Machen wir mal 400. 400 ist zu viel. Also nehmen wir 360. Ah, 360 ist auch noch zu viel. Nehmen wir 350. So, jetzt passt das Ganze. Und wenn wir jetzt auf Fertig klicken und hier mal rausklicken, dann seht ihr, dass ich nun den aktuellen Songtitel als Lauftext in meinem Stream habe und benutze gleichzeitig Musik, die mir nicht das Problem bereitet, dass vielleicht meine Streamwiederholung gemutet wird oder ich sogar Ärger bekomme, weil ich Copyright Musik nutze. Ja, so einfach ist das Ganze. Mir gefällt Brezelrock sehr gut. Ich werde das jetzt auch selber mal in meinem Stream nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. See the Word See the Word See the Word See the Word Man can run Say the Word Vielen Dank.